Musik Vom Hintereingang des Ahornhotels am Fichtelberg können Sie direkt auf die Skipiste gehen. Wirklich, vom Eingang zur Piste sind es gerade mal 75 Meter. Aber erstmal rein ins Hotel. Unser Ahornhotel am Fichtelberg, das Familienhotel mit ganz vielen Möglichkeiten für Kinder, mit eigenen Kinderwelten, mit großem Schwimmbad, dem größten Sachsens im Übrigen. Musik Rumtollen, Spielen, Spaß haben. Draußen ist es dann noch besser. Hier ist die Vielfalt grenzenlos. Wenn die Kinder fit auf den Skiern sind, geht's ab auf den Berg. Nach dem Skitag? Ab Regie im Pistenblick. Der Rückweg ist dann auch wunderbar kurz. Genau 75 Meter. Bis zum nächsten Mal.